Okay, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Oberwatch, hier auf meinem Kanal, ob Glück oder Können, wenn es Wind. Ja, und los geht's. Äh, ja, ist die bunt, die Echo. Sieht aber gut aus. Ist das ne normale Karte? Ich kenn den Raum gar nicht. Hier gibt's keine neuen Karten, oder? Wieso kenn ich den Partyraum nicht? Hä? Ich glaub, die Karte kommt sehr selten, kann das sein? Weil ich kenn den Partyraum nicht. Ah, die Karte kenn ich. Wieso kann ich mich an den Partyraum nicht erinnern? Nein, Anna! Oh, no. Oh, mit dir, Bro. Oh, oh, kacke. Nein, nein, oh, nein, nein, nein. Wie geht der? Geh weg. Nein. Ah, scheiße. Ich bin botlos. Ich mein mecklos. Nein, nein. Und ich bin tot. So geht das. So geht das. So nicht anders. Okay, wir kommen wieder rein, dann machen wir wieder Schaden. Machen wir das? Ja. Ich kenn den Partyraum nicht. Komisch. Ich bleib mit der Tür hängen. Ja, sehr gut. Ja, den Punkt kenn ich, aber das kommt, glaube ich, sehr selten, das geben kann. Das war eigentlich mal die Karte. Denk ich zumindest. Okay, okay. Und Raketen. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade schieße, aber ja, ich mache. Okay. Bleib hier. Oh, die Wand schützt euch. Oh nein. Ja, wir werden extrem gut dominiert. Nein. Ah, ja, super. Mit der Laser gewischt. Okay, nochmal. Raus, 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 raus. Angriff, Angriff, Angriff. Ja, läuft auch. Sieht doch gut aus. Oh mein. Oh no. Ja, ich mache irgendwas verkehrt, aber egal. Oh doch, und wie. Und Raketen. Sorry, Bridget. Oh, sorry. Es tut mir leid. Ja, hahaha. Double kill. Ja, wir kriegen den Punkt, wir kriegen den Punkt. Sehr schön. Na komm, wir machen mir Platz. Kinder, kommt schon. Ich brauche Hilfe. Nein. Äh, du hast gerade meinen Bot. Nein. Das war ja gar nicht mein Bot. Ich denke, oh. Ich habe gedacht, der hat meinen Bot herangezogen. Und ich denke, hä, der geht zu mir. Der kann das gar nicht. Oh nein, das war Echo. Oh, super ehrlich. Danke, Google. Und ich kann auch nichts machen. Ich verstehe das nicht. Warum kommt das hier rein? Ah, 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 ah. Ja, da muss ich was drüber legen oder ich muss rausschneiden. Ich lege was drüber. Ja, ich gucke ASMR. Und das ist schön, dass es jetzt die Ankündigung von, glaube ich, der Premiere ist. Dann war es nochmal ASMR Kim, glaube ich. Glaube ich zumindest. Der hat, glaube ich, eine Premiere gemacht. gab. Aber mich nervt das trotzdem. Hä? Was war denn jetzt los? Ah! Geil! Okay, noch eine Runde. Kommt schon los. Los. Jetzt gewinnen wir. Jetzt gewinnen wir. Und trinken dann vier Bier. Nein, das machen wir nicht. Hä? Achso, ja klar. Ich bin so dumm und verpeilt, ey. Ja, ich... Ja, da hat Diva komplett recht. Ich bin auf ihrer Seite. Ich hasse auch Hacker, ey. Entweder bin ich scheiße und ich bin gut. Und wenn ich scheiße bin, dann versuche ich einfach gut zu sein. Aber nicht mit Cheats oder Hacks, ey. Da hört's auf, ey. Da hört's auf, ey. Da hört's voll und ganz auf. Und will ich denn hin? Ja, schon ein bisschen falsch, aber egal. Wie darum? Ja. Ah, okay. Klar, geil. Wie gesagt, die Ecken kenne ich, aber der Startraum, der Disco-Kugel. Mir gar nichts gesagt. Aber nix. Nada. Niente. Oh ja, super. Echo. Echo, geh weg. Echo. 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 Ich brauch sowas wie Heal. Danke. Ich brauch nur sowas. Ja, ich weiß nicht. Kann auch was anders sein. Ja, ich bleib schön auf Abstand. Immer drauf. Mann, ich krieg sie nicht. Brigitte. Wer ist das denn eigentlich? Nein. Nein. Wer ist das? Sieht aus wie eine Zaubererin. Eine Zauberer-er-er-er-er-er-er-er-rum. Genau. Ah, der Charakter. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber ja. Natürlich shooten die. Wir sind unbesiegbar. Wenn ja, dann cheatet der Gegner. Ja, so ist das. So hat es das Gesetz gewollt und verlangt und beschrieben. Na komm schon Ey, wer betäubt mich denn? Wo ist denn mein Team? Alter, es ist ja gut Wo seid ihr denn? Junge Ich hab ja gar nichts gesehen Ähm, ja, ich bin schon wieder tot Aber ich hab auch nichts mitbekommen Waren überall nur noch Gegner Ja, ich hebe nicht ab Sorry Echo Ich schieße voll drauf Na komm Diva, mach mich fertig Meine Echo Ja, Double Kill Na komm schon, Brigitte Raketen Okay, okay Komm schon Team Alle hierher Wir wollen den Punkt übernehmen Was ist das denn? Gar keine schlechte Schussposition Nein, nein, nein Boah, ich hab doch noch Energie Okay Echo, geh weg Ja, ich bin schon wieder tot Echo Oh Mann, wir können die Runde gewinnen Ja, 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 ja Natürlich Booster einschalten Das komm ich ja gar nicht vorwärts Booster geht das nicht Ey, wir haben die Scheiße übernommen Und schon, naja Eigentlich hab ich die Scheiße übernommen Glaub ich auch Bin ich so arrogant gerade Meine Superkraft Wäre die Arroganz Habe ich denn betreut? Hallo Boah, wo sind meine Leute schon wieder hin? Boah, meine Leute sterben wie die Fliegen, Alter Ich will kein Held ändern Ich möchte wieder rein Ah, jetzt Och komm schon 93, Alter Die gewinnen, das gibt's doch nicht Wahrstimmig Och Mann Okay Das ist eine kurze und knackige Runde Danke fürs Zusehen Ich wünsche euch einen schönen Tag Einen guten Morgen Und einen noch besseren Abend Ich bin hier mit raus Peace Ein schöner Abend Das ist eine kurze und knackige Runde Euer Runde